hi leute hier ist jojo schön dass ihr wieder dabei seid bei flashbox wir machen heute mal was ganz anderes ich habe hier zwei pakete und das eine das größere von der firma class da habe ich bei instagram ein gewinnspiel mitgemacht und habe sogar gewonnen das würde ich will ich euch nicht vorenthalten und mit euch mal auspacken das andere habe ich bei gearbest bestellt da wollte ich einfach mal probieren wie das so funktioniert aber dazu kommen später fangen wir erst mal mit dem großen paket von der firma class an schütze was du liebst und die firma class ist ein unternehmen was display schutzfolien herstellt hauptsächlich für ios geräte und schauen wir mal was da so in dem paket als gewinn drin ist unboxing typisch habe ich natürlich ein unboxing messer vorbereitet machen wir mal auf rechts und einmal links dann schauen wir mal was da so drin ist eine verpackung in der verpackung das ist ja eine riesen verpackung für eine kleine verpackung apple watch stand von der firma class ich habe zwar keine ios geräte und kann auch keine apple watch aber ich glaube der sieht ganz toll aus hier vorne ist ja schon mal so ein bisschen abgebildet schütze was du liebst ich hoffe ihr seht das der apple watch stand ist ein blickfang auf jedem schreibtisch und verschönert als lifestyle produkt jeden platz mehr accessoire geht nicht das hört sich schon mal ganz gut an dann wollen wir den auch mal kurz aufschneiden ich glaube das kann man hier so anheben ja da geht er schon auf so sieht er besser glaube ich schönes aluminium fühlt sich hochwertig an gewicht im fuß an die rutsch dass er nicht so weg rutschen kann und ich glaube ich habe mir natürlich vorher schon mal im internet angeschaut das hier kann man so raus ziehen dann kann man hier die kabelführung entlang legen in der nut entlang und hier oben dann für die apple watch zum laden auflegen sehr schönes teil vielen dank nochmal an die firma class für das tolle gewinnspiel dann kommen wir mal zum zweiten paket es ist schon etwas kleiner und ich habe das ja wie gesagt best bestellt weil ich einfach mal wissen wollte wie lange sowas dauert wie das wie die abwägung ist und wollte mir einfach mal erfahrungen sammeln für die zukunft machen wir das mal auf im unboxing besser hat es wieder seinen dienst getan so guardian of the galaxy 2 ich bin ja riesen marble fan und den kleinen kerl den finde ich einfach sehr schön und dann schauen wir mal wie groß der ist sieht ein bisschen kleiner aus als ich gedacht habe aber der sieht ja immer schön ausgearbeitet mit augen mund und auch der rest schöne struktur vom baumstamm cool so das war mein kurzes unboxing video zu dem apple watch stand von class und dem crude von guardian of the galaxy 2 lasst mich wissen mal ob ihr so unboxing videos öfters sehen wollt schreibt es einfach unten in die kommentare bewertet dieses video lasst gerne ein abo da wenn ihr neu auf meinem kanal seid und dann würde ich sagen bis zum nächsten video